Ja, lass uns nochmal beten. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, es ist so ein Vorrecht, dass wir teilhaben dürfen an dem Leben, dem ewigen Leben, was du errungen hast, Jesus am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir dafür, dass wir so viel Gnade empfangen durften, dass du hier in unserer Mitte bist, dass du lebst und dich freust an deinen Kindern hier, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Das ist so ein Privileg. Wir preisen dich und danken dir für diese Gnade. Und ja, wir bitten dich, dass du uns lehrst durch dein Wort, dass du uns formst und reinigst und stärkst und ausrichtest durch dein Wort. Herr, segne jetzt dein Wort für uns. Ja, inspiriere durch deinen Geist zum Reden, zum Hören. Ja, tu du dein Werk, das, was du dir vorgenommen hast, jetzt durch dein Wort auch, Herr. Amen. Ja, schön euch zu sehen. Schön, dass wir zusammen hier Gott suchen, ihn anbeten und auf sein Wort hören können. Wir sind in Sprüche 16. Wie ich letztes Mal gesagt habe, habe ich irgendwie einige Sprüche übersprungen und das wollen wir nicht tun. Wir wollen nicht irgendetwas auslassen. Und das hat Gott mit einem Fluch belegt. Wenn ihr irgendwas weglasst, ja, dann werdet ihr erleben, wie euch Dinge weggenommen werden von dem Segen, den Gott denen bereitet hat, die ihm gehören und die ihm folgen. Paulus sagt, ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes bekannt zu geben. So wollen wir das auch weiter so halten. Denn wir haben hier wunderbare Verse, wunderbare Sprüche der Weisheit Gottes in unser Leben hinein und die wollen wir nicht auslassen. Vers 18 in Sprüche 16 geht es los mit einem Spruch, der jedem auf der Straße bekannt ist in Deutschland. Es gibt ja eine ganze Reihe von Bibelzitaten, Bibelsprüchen, die in die deutsche Sprache so eingegangen sind als volkstümliche Sprüche. Und selbst wenn jemand nicht gläubig ist und keine Ahnung, noch nie die Bibel aufgeschlagen hat, kennt er diese Sprüche aus der Bibel. Es ist was Wunderbares, in einem Land aufzuwachsen, in dem das Wort Gottes allgemeingut ist. Und einer dieser Sprüche ist eben hier zu finden in Sprüche 16, Vers 18, die alle kennen sie und kaum einer weiß wahrscheinlich, wo er steht. Also Sprüche 16, Vers 18. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Kannst du jeden fragen auf der Straße in Deutschland. Kennst du diesen Spruch? Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Wo kommt denn der her? Keine Ahnung. Das ist ein Spruch aus der Bibel, ein Weisheitsspruch aus der Bibel. Und ja, dieses Vorrecht, wir haben ja Mittwoch, Nora und Corrie haben uns ja Einblick gegeben in die Welt in Jordanien, wie das so ist in Jordanien. Und ja, da ist eine ganz andere Prägung. Da wirst du sicherlich auch Sprüche finden, die ihren Ursprung im Koran haben oder aus anderen Quellen. Aber da wirst du keine Bibelsprüche finden in dem normalen Sprachgebrauch. Und ja, was für ein Vorrecht wir haben, dass wir diese Prägung haben in unserem Land. Das wirkt sich aus bis auf, ja, allgemein die geistliche Atmosphäre, wie uns die Geschwister das beschrieben haben. Es ist so ein Segen, dass wir in dieser Prägung aufwachsen durften. Und wir merken aber auch, dass es verloren geht, dass es mehr und mehr in unserer Gesellschaft eben nichts ist, was mehr selbstverständlich ist. Und Jesus hat uns gesagt, wir sollen Salz und Licht sein und sind es dann auch, wenn wir leuchten für ihn, wenn wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wenn wir unser Licht leuchten lassen. Ja, lasst uns einsteigen jetzt hier in die Sprüche in Kapitel 16. Ich lese einfach mal den Rest hier der Sprüche vor und dann werden wir das ein oder andere nochmal genauer betrachten. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Besser bescheiden sein mit Demütigen als Beuteteilen mit Hochmütigen. Wer auf das Wort achtet, findet Gutes und glücklich der, der dem Herrn vertraut. Wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt und Anmut der Sprache fördert das Lehren. Eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung der Narren ist ihre Narreheit. Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seine Lippen das Lehren. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund spornt ihn an. Ein ruchloser Mann gräbt Unheil und auf seine Lippen ist es wie sengendes Feuer. Ein Mann der Falschheit lässt dem Zank freien Lauf und ein Verleumder entzweit Vertraute. Ein Mann der Gewalttat verlockt seinen Nächsten und führt ihn auf einen Weg, der nicht gut ist. Wer seine Augen zukneift, tut es, um Falschheit zu ersinnen. Wer seine Lippen zusammenkneift, hat das Böse schon fertig. Das graue Haar ist eine prächtige Krone. Auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. Besser ein Langmütiger als ein Held und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Im Gewandbau schüttelt man das los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Es beginnt mit einem Thema hier in den Versen 18 und 19, das immer wieder vorkommt in den Sprüchen Stolz, Hochmut und seine Auswirkungen. Dagegen Demut und Bescheidenheit als den Weg Gottes. Der erste Vers, dieser bekannte Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall, ist wie ein geistliches Gesetz. Beschreibt Ursache und Wirkung. Ja, so ist es. Da ist einer hochmütig und es dauert nicht lange, dann kommt sein Fall. Es ist ein Spruch, der einen jungen Menschen warnt vor Hochmut und Stolz. Pass auf, wenn du hochmütig wirst, dann wird es bald dazu kommen, dass du fällst. Dieser Spruch hat eine universelle Bedeutung in Gottes Wort und Gottes Denken. Und das sehen wir zum Beispiel in Jesaja 2, Vers 12. Es ist nicht nur ein Spruch, der sich immer wieder bewahrheitet, wo man sagt, ja, ja, so ist es. Da ist einer hochmütig gewesen und jetzt ist er gefallen. Wo ist jetzt sein Stolz, seine Hochmut? Alles wieder dahin. Und wir zitieren diesen Vers gerne auch, wenn wir sehen, wie jemand anders gefallen ist. Unsere bunten Blätter sind doch voll von solchen Geschichten. Wir lesen sowas gerne. Denn, wenn jemand hochmütig ist, dann mögen wir ihn nicht. Einen Stolzen, ja, das macht uns Probleme, das bereitet uns Probleme, wenn da jemand hochmütig und stolz ist. Und so sehr freuen wir uns, wenn der Spruch sich in die Tat umsetzt, wenn dieses Gesetz zutage tritt, dieses geistliche Gesetz, ja, er ist gefallen, haha. Und dann hat man seine Schadenfreude, oder? Gott zeigt uns auf, dass es ein universales Gesetz ist. Dass es nicht nur mal, immer mal wieder eintrifft, sondern dass es für alle Menschen eintreffen wird am Ende der Tage. In Jesaja 2 sagt er, denn der Herr der Heerscharen hat sich einen Tag vorbehalten über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt wird. Über alle Zedern des Libanon, die Hohen und Erhabenen und über alle Eichen Bashans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über jeden hohen Turm und über jede steile Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle kostbaren Boote und der Stolz des Menschen wird gebeugt und der Hochmut des Mannes erniedrigt werden und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Jesaja zeigt uns hier verschiedene Bilder von Dingen, die hoch und erhaben sind. Ich musste irgendwie bei diesen Bäumen, die hier genannt werden, an ein Bild denken, was sich so in meinem Gedächtnis bewahrt hat. Ich habe mal als Schüler ein Praktikum gemacht im Wald beim Förster und wir haben uns verschiedene Orte auch dann angesehen, sind dann unterwegs gewesen im Wald und dort haben wir dann, sind wir mal einmal an eine Stelle gefahren, da war es auch so ein bisschen erhöht, so ein Hügel, ich bin ja im östlichen Hügelland aufgewachsen, in Schleswig-Holstein, diejenigen, die in Malente mal mit waren, die kennen das, oder die sonst mal da Urlaub gemacht haben, es ist so ein hügeliges Land und ja und auch, ist auch viel Wald da und ja und diese Stelle war einfach so, wie soll ich sagen, hat sich so eingeprägt, weil es so, das war eine Stelle, wo wenige Bäume waren und es ist ja so, der Förster, der hat so seine verschiedenen Waldfelder, da sind die Felder, wo die Bäume gerade anfangen zu wachsen und da sind ganz viele kleine Bäume da und er muss dann bei diesen Feldern Stück für Stück diese Bäume dann, ja da muss er sie so ein bisschen, muss er Bäume wegnehmen, damit andere Bäume, die gut und stark sind, dass sie schön weiter wachsen können und dieses Feld war jetzt nur noch, da waren nur noch wenige Bäume, aber riesige Buchen, die waren wie Säulen, das war unfassbar, du stehst davor und denkst, so hoch kann ein Baum sein, ist unfassbar groß und dann eben auch solche dicken Säulen und so kerzengerade und herrlich und der Wind ging dann so durch diese Bäume und sie wiegten sich sanft so, es war echt wie in so einer riesigen, ich war erinnert an den Petersdom, ich bin als Schüler auch in Rom gewesen und da waren wir in diesem Petersdom und da waren auch solche Säulen, ich dachte solche fetten, riesigen, großen Säulen, sowas gibt es gar nicht, das hat mich erschlagen. Ja und diese herrlichen Bäume, auch Eichenbäume, die auch so alt werden, also hunderte, ja tausend Jahre oder wenn du dann an die Mammutbäume in Kalifornien denkst oder so, riesige Bäume, unfassbar, aber dann kommt der Förster, irgendwann ist der Tag gekommen und dann die Waldarbeiter kommen und sie sägen den Baum an und dann Bums fällt das Ding. Oder es kommt ein Sturm, es sind noch nicht mal die Menschen, die es tun, sondern der Herr sendet einen Sturm in einen Wald hinein und so fest auch diese Bäume stehen und so sehr sie auch stärksten, schlimmsten Winden und Stürmen widerstehen können. Irgendwann ist der Tag gekommen, da kommt ein Orkan, der so stark ist, dass selbst der stärkste Baum es nicht halten kann. Seine tiefen Wurzeln, er windet und wiegt sich und irgendwann ist es zu viel und dann wird er entwurzelt und fällt um mit seinen Wurzeln. Dann ist der Tag gekommen, dann ist es vorbei mit dem hohen, erhabenen Baum. Hier werden auch von Türmen, hier ist auch die Rede von Türmen und Mauern, ich musste an die Mauer zwischen Ost und West denken. 27 Jahre hat diese Mauer oder 28 Jahre hat diese Mauer gestanden und dann war plötzlich ein kleiner Versprecher und schon stürmten die Menschen auf diese Mauer, tanzen auf dieser Mauer und fingen an, etwas rauszuschlagen aus dieser Mauer und über kurzen Zeitraum war plötzlich nichts mehr von dieser Mauer zu sehen. Eine starke Mauer, der antifaschistische Schutzwall, plötzlich war er nicht mehr. Aber auch diese Türme, diese hohen Häuser, wir bauen so hohe Häuser als Menschen und wir wollen immer noch einen draufsetzen und es ist immer noch so, man zeigt seine Macht und Bedeutung dadurch, dass man das höchste Haus hat in irgendwie da in Arabien, die Scheichs, die müssen irgendwelche riesigen Türme bauen, um das höchste Gebäude zu haben. Die Amis mit ihrem World Trade Center, wie ist es zusammengekracht, oder? 2001, unfassbar. Die Überseeschiffe vor 108 Jahren, die Titanic oder Titanic, ein riesiges Schiff, unfassbar. Solch eine Kraft und dann kommt so ein kleiner Eisberg und schlitzt ihn auf und das ganze Ding sinkt mit Mann und Maus. Und all diese Dinge passieren und wir haben sie vor Augen und dennoch ist unser Herz nicht davor gefeit, selber hochmütig und stolz zu werden. Wir haben diesen Spruch sogar tief in unser Volksleben sozusagen eingebrannt, in unsere Sprache eingebrannt und dennoch ist es immer wieder so, dass unser Herz hoch hinaus will. Ja, wie ist es denn mit unserem Land in der Corona-Krise? Letztes Mal schon gesagt, ich sehe eine große Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, hochmütig und stolz zu werden. Ja, wir kriegen das hin. Wir müssen nur zusammenstehen, dann schaffen wir das. Wir haben das aber schon einige Jahre, als unser Land hat einen Stolz. Wir sind so stolz, dass wir die Demütigsten sind. Und wir sind so stolz, dass wir ja, dass wir jede Krise so gut gemeistert haben. Ja, wir sind durch die Finanzkrise gekommen und ja, bei uns brummt, wir sind der Motor der EU. Wir sind Deutschland. Wir kriegen es hin. Wir sind besser als alle anderen. Wir schauen herab auf alle anderen, die es nicht so gut gebacken kriegen wie wir. Ja, was machen die alles falsch? Die sind viel zu sozial aktiv. Die sind nicht so diszipliniert und distanziert wie wir Deutschen. Alle, die noch kein Corona hatten, hast du nicht irgendwann mal diesen Gedanken gehabt? Naja. Wir sehen das in den Kommentaren. Wenn irgendwo wieder so ein Ausbruchsherd ist, gleich wird mit den Fingern gezeigt. Die haben sich ja auch nicht richtig verhalten. Die haben nicht genau darauf geachtet. Alle, die es besser wissen heutzutage, in der Politik, so viele Besserwisser in Deutschland, die wissen, wie es richtig geht, was man machen muss und was man lassen muss. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir müssen uns selber schützen und bewahren und hüten davor. Wir müssen uns selber immer wieder demütigen und erkennen, ich habe es nicht im Griff, ich kann es nicht. Ich weiß es doch nicht besser. Ich bin auch ein Mensch voller Fehler und Schwächen und Versagen. und das ist das, was Gott uns hier nahelegt, was der Spruch uns dann nahelegt in Vers 19 als Antwort auf Vers 18. Bescheidenheit, Demut, besser bescheiden sein mit Demütigen als Beute teilen mit Hochmütigen. Ich will nicht zu denen gehören, die es immer schon wussten und besser wussten und am Ende Recht haben. Irgendwann wird es dann Leute geben, die sagen, ja, ja, wir haben es immer schon gesagt und wir haben es gewusst und ha, ha, ha. Und dann teilst du die Beute mit denen, die es schon immer besser wussten. Der Spruch sagt uns, es ist besser bescheiden sein mit Demütigen, niedrigen Geist zu haben. Römer 12, Vers 16 sagt uns das auch. Halte dich zu den Niedrigen. Sei nicht klug bei dir selbst. Und Matthäus 11, Vers 28. Lass uns das nochmal aufschlagen. Da sehen wir den Mann, der wirklich voller Demut ist und der uns auf seinen Weg lehren will, demütig zu sein. und Vers 28 geht es los. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Und da fängt es schon mit der Demut an. Zuzugeben, dass ich Hilfe brauche. Zuzugeben, dass ich mühselig und beladen bin und nicht selber zurechtkomme, nicht selber klarkomme mit meiner Last. Bist du mühselig und beladen, dann komm, sagt Jesus, komm zu mir. Hilf dir nicht anders. Such deine Hilfe nicht in irgendetwas anderem, sondern komm zu mir. Das ist die Art und Weise, wie wir mit der Not umgehen sollen. Alles andere, Geschwister, alles andere, was wir mit unserer Mühsal und unserer Last tun, führt uns auf den falschen Weg. Wenn wir meinen, wir schaffen es selber, wir kriegen das schon hin. Wenn wir uns nochmal ein bisschen mehr anstrengen, nochmal ein bisschen mehr die Zähne zusammenbeißen. Ja, manche schaffen das vielleicht, aber was kommt am Ende dabei raus? Stolz und Hochmut. Ja, ich habe es geschafft. Aber viele versagen auch und sie greifen dann zu dem Notnagel, zu dem ihr Fleisch dann hintendiert. Bei dem einen ist es vielleicht Alkohol, Drogen, bei dem anderen ist es Essen, bei dem anderen ist es irgendwie Pornografie, Selbstbefriedigung, bei dem anderen ist es Hass und Bitterkeit, bei dem anderen ist es Gewalt und so versuchen wir irgendwie mit unserer Last und mit unserer Mühsal fertig zu werden. Aber Jesus sagt, komm zu mir, leg die Last bei mir ab, ich will dir Ruhe geben, du findest Ruhe bei mir, ich bin der Sabbat, den du so sehr brauchst und Gott gebietet uns, halte den Sabbat und ich sage euch, dieses Gebot ist nicht von Gott verworfen worden, sondern es erfüllt sich in Christus. Du musst den Sabbat suchen, wenn du es nicht tust, wirst du am Ende ausbrennen und wirst kaputt gehen, machst dich selbst kaputt, zerstörst dich selbst. Du gibst Gott nicht die Ehre dadurch, dass du arbeitest und arbeitest und machst und tust und versuchst alles irgendwie hinzukriegen. Da gibst du Gott keine Ehre. Du gibst Gott die Ehre, wenn du den Sabbat hältst und zu Jesus kommst und deine Last ablegst bei ihm und bei ihm Ruhe suchst und findest. Und das ist doch ein Wort in unsere Zeit hinein, oder? Sind wir nicht mühselig und beladen, wenn jetzt die zweite Welle kommt? Oh nein, jetzt kommt wieder der ganze Mist. Ich kann es nicht nochmal. Echt, wie lange soll das denn jetzt noch gehen? Und wieder Lockdown. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, bisher ging es ja alles gut, aber wenn jetzt der Lockdown kommt, dann geht unsere Firma pleite, da werden wir alle entlassen. Was sagt Jesus? Komm zu mir, leg deine Last ab, deine Mühsal, finde bei mir Ruhe. Damit fängt es an, die Demut zu haben, den Mut zur Demut, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich schaffe es nicht, ich breche zusammen, ich komme nicht klar. Das ist alles zu viel. und dann nimmt er dir die Last ab und schenkt dir Ruhe und Frieden in deine Seele. Und dann, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dann gehe ich mit Jesus weiter und dann gehe ich diese Schritte und Wege, die er mir zeigt, mit ihm gemeinsam in die Aufgaben, die er mir gibt, die nicht zu schwer sind, in die Verantwortung, die er mir gibt, die nicht zu schwer ist für mich. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und was die Demut bedeutet, die Jesus uns hier vor Augen führt in seinem Leben. Das zeigt sich im nächsten Spruch hier in Kapitel 16 Vers 20. Wer auf das Wort achtet, findet Gutes und glücklich der, der dem Herrn vertraut. Das ist die Herzensdemut, die wir bei Jesus finden. Dieses Vertrauen in den Herrn, in Gott. Lass uns mal zweite Korinther eins aufschlagen, Vers acht. Paulus berichtet hier seinen Geschwistern in Korinth von einer schweren Zeit, durch die er hindurchgegangen ist mit seinen Geschwistern. Und er sagt in zweite Korinther eins, Vers acht, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist. Das ist in der westlichen Türkei, diese Provinz Asien. dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Krass, letztes Mal haben wir uns daran erinnert, dass der Herr uns prüft und in Prüfungen hineinführt, dass aber, wie Paulus im ersten Korinther Zehn sagt, die Prüfung, die Gott uns gibt, die Versuchung nicht zu schwer ist. Aber hier sagt er, das war zu schwer, das haben wir nicht ausgehalten, wir sind verzweifelt in der Situation, in der wir waren. Wie passt das zusammen? Er sagt weiter, wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten. Wir haben schon aufgegeben, wir haben schon gedacht, das war's, Feierabend. Jetzt sagt er aber etwas, was er im Rückblick sagen kann, in der Situation selber war kein Hoffnungsschimmer, alles finster, kein Hoffnungsschimmer. Er sagt aber, im Nachhinein habe ich verstanden, warum wir in diese Situation gekommen sind. damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Für uns war eigentlich nur noch, jetzt kommt der Tod, jetzt ist Feierabend, jetzt ist zu Ende. Aber Paulus hat gesagt, Gott hat uns das erleben lassen, damit wir lernen, in solch einer Situation unser Vertrauen immer noch alleine auf Gott zu setzen. Wir können hier nichts mehr machen, nur noch Gott kann das machen. Und ja, wir werden sterben, aber Gott ist der Gott, der die Toten auferweckt. Was haben wir also für einen Rettergott? Was haben wir für eine Hoffnung? Sie geht über alles hinaus, was uns widerfahren könnte. Alles, was auf uns zukommen mag, jede Prüfung, die noch so hart und noch so schwer ist, die über alles Vermögen hinausgeht, was ich tragen und ertragen kann. Über alles ist Gott noch stärker, noch größer. Er ist derjenige, der sogar aus dem Tod erretten kann, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der auch uns auferwecken wird von den Toten. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Denn sein Name ist Jesus, der Gott, der uns rettet, unser Rettergott. Er wird uns immer retten. Wir werden immer Gerettete sein am Ende. Es wird nichts geben, wo Gott uns nicht am Ende draus heraus retten wird. Glaubst du das? Glaubst du an Jesus? Den Retter? Deinen Retter? Das ist das, was wir brauchen. Und das erfordert so viel Demut, wisst ihr? Zu sagen, okay, ich werde es nicht schaffen, ich werde es nie schaffen in meinem Leben. Ich werde am Ende immer der Verlierer sein. aber du Gott, du wirst immer gewinnen. Und deswegen, das Einzige, was dich durch diese ganzen Bedrängnisse hindurchbringt, auch durch die Bedrängnis der Corona-Krise, durch deine persönlichen Krisen, durch die du hindurchgehst, durch deine Arbeitslosigkeit, die dir vielleicht droht, durch die Krankheiten, die in deinem Leben vielleicht jetzt schon sind oder die auf dein Leben noch zukommen werden, was dich hindurchbringt, durch den Tod, der dir droht, der uns allen droht, was bringt dich hindurch? Das Vertrauen in den mächtigen Gott, der dich rettet, nicht dein Selbstvertrauen. Du wirst es selber nicht schaffen, aber er wird es schaffen. Das ist die Botschaft hier. Und der Vers 11, den wollen wir hier nicht unterschlagen, der ist nämlich besonders gut und wichtig hier auch in dem Zusammenhang. Paulus sagt, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Also Gott hat uns gerettet, aber ihr habt mitgewirkt. Ist das nicht cool? Wir können mitwirken an der Rettung anderer Menschen. Wie? Durch unser Gebet. Wisst ihr, ein Gebet ist sowas wunderbares, sowas kostbares, weil es so unglaublich schwach ist. Ja, was heißt denn beten? Beten heißt zu Gott zu schreien, Gott hilf uns bitte. Hilf du meinem Bruder, meiner Schwester, die so in der großen Not ist. Ja, es ist eigentlich nichts und deswegen belächeln das nichtgläubige Menschen. beten. Was soll das? Bringt doch nichts. Aber Paulus sagt, ihr habt mitgewirkt. Gott hat uns gerettet, aber ihr habt mitgewirkt durch euer Gebet. Und das ist etwas, was wir üben sollen, was wir üben müssen, gerade in dieser Zeit. Gebet, Gebet ist so wichtig. Für bitte. Paulus sagt es, ich will aber, dass ihr wisst, das Wichtigste, was die Gemeinde tun soll, ist Gebet. Und zwar für alle Menschen. An allen Orten, zu allen Zeiten. Gebet ist so wichtig, denn das wirkt mit. Da werden wir Mitarbeiter Gottes, wenn wir beten. Damit von vielen Personen, für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird durch viele für uns. Warum will Gott, wir Mitarbeiter sind bei seinem Rettungswerk durch das Gebet? Weil wir dadurch Anteil bekommen an der Freude. Wenn du für jemanden betest und Gott eingreift und jemandem hilft und rettet und du hörst davon, dann freust du dich, du sagst Gott danke und das ist so wunderbar, wenn wir bitten und danken, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir alles für selbstverständlich erachten oder gar nicht darüber nachdenken, dass wir für irgendetwas beten, dann sagen wir auch nicht danke und dann ist keine Dankbarkeit in unserem Herzen, da ist nur Leere in unseren Herzen. Aber Gott möchte uns in die Gemeinschaft hineinnehmen, er möchte uns als Mitarbeiter gewinnen, dass wir mitarbeiten an dem Werk, was er tut. Wir erleben sozusagen mit, wie Gott arbeitet und wir erleben auch die Freude daran und das macht uns dankbar und dann fließt der Dank über und für Paulus war es immer was wunderbares, wenn noch mehr Menschen Gott danken, wenn noch mehr Menschen Gott verherrlichen. Also lasst uns beten, füreinander danken, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Freude. Glücklich, der dem der Herr vertraut, dem der dem Herrn vertraut. Der hat's gut. Wer weisen Herzens, wo bin ich? Ja, da bin ich. Wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt und Anmut der Sprache fördert das Lehren. Es geht um es geht um die Weisheit im Herzen. Das macht dich zu einem verständigen Menschen. Nicht die Weisheit, die im Kopf ist, die Klugheit, das viele wissen, sondern ein weises Herz. Daraus fließt dann auch eine gute Sprache, eine Sprache, die Menschen erreichen kann. Wir sind so sehr angewiesen, dass Gott gute Gedanken in unser Herz hinein legt. Jesus sagt, das, was im Herzen ist, das kommt auch raus aus dem Mund. Und dann kommt eine gute Sprache zu Tage, wenn die Weisheit Gottes dein Herz erfüllt. Und das fördert das Lehren, das hilft dabei, dass du andere Menschen erreichen kannst mit dem Wort Gottes, mit der Liebe Gottes, eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung der Narren ist ihre Narheit. Wenn wir einsichtig sind, wenn wir uns was sagen lassen, wenn wir einsichtige Menschen geworden sind, dann ist das eine Quelle des Lebens. Aber die Narren werden durch ihre eigene Narheit gezüchtigt und Narheit als Erinnerung nochmal bedeutet hier nicht einfach nur dumm, Menschen die dumm sind, sondern für Salomo ist aus der Perspektive des Heiligen Geistes sind Menschen dumm, die nicht mit Gott rechnen, die Gott außen vor lassen, aus ihren Überlegungen, die können noch so klug sein, noch so viele menschliche Weisheit vielleicht enthalten, aber es ist am Ende Torheit, es ist Dummheit, weil es Gott aus der Rechnung außen vor lässt und dann ist es am Ende Dummheit, die dabei rauskommt. Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seine Lippen das Leeren. Das ist ein Stück weit derselbe Spruch wie in 21, nur mit anderen Worten. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes und wenn wir Freundliches ein Herz haben, das von Freundlichkeit erfüllt ist, dann kommen solche Worte heraus und die sind süß wie Honig. Die tun der Seele gut, die bringen Heilung, ja sogar für den Körper. Das sehen wir doch bei Jesus, wie wunderbar seine Worte. Petrus hat gesagt, wo sollen wir sonst hingehen, du hast alleine Worte des ewigen Lebens. Jesus hat es gesagt, die Worte Gottes, das ist Brot für mich, für meine Seele, das stärkt mich, brauche kein Brot, ich brauche dein Wort, Gott, deinen Zuspruch. Und so mögen seine Worte unser Herz erfüllen, freundliche Worte, die andere Menschen auferbauen, stärken, ermutigen, Zuspruch. Dann haben, es sind auch Gebete, wisst ihr, wenn wir füreinander beten, wenn wir Seelsorge in Anspruch nehmen und anderen vielleicht Ermutigung geben, die durch schwere Zeiten hindurch gehen und dann beten. Wisst ihr, der Heilige Geist gibt uns Worte in unserem Gebet, die direkt wirken in der Seele des Menschen, der hört. Und dann wirkt dieses Gebet, die Worte, die gesprochen werden, die eingegeben sind durch den Heiligen Geist, wirken hinein in die Seele und bewirken Heilung. Heilung der Seele bis in den Körper hinein. Lasst uns das suchen, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Paulus hat gesagt, sucht das, betet darum, dass Gott euch solche Worte gibt, der Ermutigung, Worte, ja, auch der Weisheit, der Erkenntnis, dass er sie hineinsprecht in die Seele eurer Geschwister, das dient zum Aufbau des Leibes. Das ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. So einen Vers hatten wir schon mal. Den überspringen wir jetzt. Der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund spornt ihn an. Ja, diesen Vers kann man ganz schnell auch verdrehen und ich glaube, dass es in der Geschichte der Menschen auch geschehen ist. Wenn du diesen Spruch nimmst und ihn so verdrehst, dann kannst du daraus machen, dass ein Arbeitgeber sagt, ja, die Arbeiter, die arbeiten ja nur, wenn sie Hunger leiden, also kürze ich ihnen den Lohn und dann arbeiten sie mehr. So ist es natürlich nicht gemeint. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt die Bibel auch. Nein, aber es spricht etwas an, dass ein Arbeiter, der das Lebensnotwendige braucht und jetzt hat er diesen einen Job, wodurch er seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Es ist zwar ein Scheißjob, aber er macht ihn trotzdem. Warum? Weil er am Ende sein Brot davon essen kann. Das spornt ihn an. Dieser Hunger spornt ihn an, diese Arbeit zu tun, damit er was zu beißen hat. Aber lasst uns diesen Vers doch mal geistlich betrachten. Wisst ihr, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Vielleicht muss der Herr erstmal einen Hunger schenken, einen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Vielleicht muss es erstmal ganz dunkel werden um uns herum, damit wir diesen Hunger haben, dass es doch wieder hell sein möge. Dieser Hunger danach, dass das Licht in mir leuchtet und durch mich hindurch in diese Welt leuchtet. Damit ich dann wirklich angespornt bin und reingehe in die Ernte, weil der Hunger so groß ist, die Sehnsucht nach Gottes Reich so groß ist. Ein ruchloser Mann gräbt unheil und auf seinen Lippen ist es wie sengendes Feuer. Ein Mann der Falschheit lässt dem zankfreien Lauf und ein Verleumder entzweit Vertraute. Ein Mann der Gewalt hat verlockt seinen Nächsten und führt ihn auf einen Weg, der nicht gut ist. Wir sehen hier drei Männer. Was sind das für Männer? die verdreht sind, nichtsnutzig, wertlos, gewalttätig. Und ist es nicht so? Wenn du in die Kriminalstatistiken guckst, dann siehst du, wer sind die Kriminellen? Sind die Männer. Wer sind die Gewalttätigen? Sind die Männer. Die harten Jungs. Traurig. Gott hat es ganz anders geplant. Er hat Adam geschaffen, damit er den Garten bewahre und bebaue, dass er arbeitet, dass er sich reinkniet, mit seiner Kraft Gutes wirkt, Schönes aufbaut, kreativ ist. dass er was Gutes bewegt, dass er seine Frau schützt und bewahrt vor den Angriffen des Bösen. Und er hat seinen Sohn gesandt, um uns ein Beispiel zu geben. Das ist ein guter Mann. Ein demütiger Mann. Ein sanfter Mann. Aber auch ein Mann voller Vollmacht und Kraft, dem Bösen Widerstand zu leisten, den Kampf aufzunehmen. Solch ein Mann liebe ich. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Männer wollen wir nicht uns formen lassen in dieses Ebenbild? Wollen wir nicht abweichen von dieser Masse von Männern, die so drauf sind, wie diese Männer hier in den Sprüchen? Wollen wir nicht deutlich machen, nein, es geht nicht darum, die Männer sind von sich aus böse und wir müssen einfach nur den Feminismus richtig zu Ende denken und am besten alle Männer abschaffen, dann ist es gut in dieser Welt. Wer von den Frauen stimmt jetzt hierzu? Natürlich ist dadurch nichts gewonnen, denn die Frauen sind ja auch Sünder, oder? Und die haben eine andere Ebene und die ist vielleicht manchmal noch schlimmer. Gut, oh nein. Nein, aber lasst uns doch in das Ebenbild Gottes verwandeln lassen und lasst uns als Männer vorangehen darin. lasst uns Gott suchen, dass er uns umformt in sein Ebenbild, dass wir wirklich Männer nach seinem Herzen sind. Wer seine Augen zukneift, tut es, um Falschheit zu ersinnen. Wer seine Lippen zusammenkneift, hat das Böse schon fertig. Es spricht hier von diesen Anzeichen, die du erkennst. Du erkennst es in deinem Gesicht, da läuft irgendwas bei ihm. Es gibt ein schönes Spiel, was genau auf dieser Tatsache beruht. Poker. Es geht darum, dass du möglichst selber dich so unter Kontrolle hast, dass du keine Zeichen aussendest über das, was du auf der Hand hast, den Plan, den du verfolgst, deine Strategie möglichst nicht deutlich machst und gleichzeitig aber die anderen durchschaust, ihre kleinen Zeichen deuten kannst. Wie sie irgendwie die Lippen zusammenkneifen oder mit den Augen zwinkern plötzlich. Gottes Wort sagt, wenn du irgendwas Böses planst in deinem Herzen, dann wird das offenbar. Man sieht das. Man kriegt das mit. Du denkst, man sieht das nicht, was in deinem Leben abläuft. Doch, man sieht das. Der Körper signalisiert das. Seele und Körper sind so eng verwoben miteinander, du kannst das nicht auflösen. Ja, du kannst ein Betrüger sein, du kannst das lernen, so gut zu spielen, dass niemand was merkt, aber irgendwo wird es dann doch sichtbar. Das graue Haar ist eine prächtige Krone, auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. Ja, damals war es so und in vielen Gesellschaften ist es so, wenn jemand mit grauen Haaren kommt, mit weißen Haaren, der ist geachtet, der ist respektiert, man steht auch vor ihm. Oder vor ihr. Es gibt nicht so viele Menschen, die so alt werden. Bei uns werden natürlich viele Menschen alt und wir haben uns das abgewöhnt. Es ist eine Unsitte, die Achtung und den Respekt vor dem Alter zu verlieren. Damals war es so, jemand hat graue Haare, der wird respektiert, er hat Lebenserfahrung. Aber der Spruch sagt hier etwas anderes. Er sagt, ja, graues Haar ist eine prächtige Krone, aber auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. Du kannst graue Haare haben und ein völliger Idiot sein. Aber wenn du Lebenserfahrung gesammelt hast auf dem Weg der Gerechtigkeit, dann ist dein graues Haar auch eine prächtige Krone, ein Vorgeschmack auf die Krone der Gerechtigkeit, die dir geschenkt wird in der Begegnung mit deinem Herrn. Besser ein langmütiger als ein Held und besser wer seinen Geist beherrscht als wer eine Stadt erobert. Langmut und Selbstbeherrschung sind Früchte des Heiligen Geistes. Das ist es, was erstrebenswert ist. Nicht irgendwelche Erfolge zu erzielen. Welche Erfolge hast du erzielt in deinem Leben? Was kannst du dir alles an die Wand hängen? Dein Meisterbrief, dein Diplom, dein Examen? Langmut, das sollte, das ist etwas, was kostbar ist. Wenn du geduldig geworden bist, wenn du selbst beherrscht bist. Lass uns das suchen, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst. Das soll unsere Ziele sein, die Schätze im Himmel. Im Gewandbau schüttelt man das los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Darüber haben wir schon gesprochen, als wir Sprüche 16 angefangen haben. Das lassen wir jetzt zur Seite. Wer auf das Wort achtet, findet Gutes und glücklich, der dem Herrn vertraut. Vers 20. Ja, Herr, wir wollen dir vertrauen in allen Dingen. Wir wollen uns demütigen vor dir und wollen nicht in den Hochmut und Stolz verfallen derjenigen, die stolz auf sich selbst sind. die in ihrem Selbstvertrauen dahin gehen und meinen, dass sie es hinkriegen. Herr, vergib du uns, wo wir da reinrutschen, wo wir auf andere herabschauen, die es nicht so gut hinkriegen wie wir. herreinige du uns davon. Herr, wir sind so abhängig von deiner Gnade in allen Dingen und bitte bewahre du uns das und führe du uns noch tiefer hinein. Ja, und wenn es dadurch ist, dass wir in Not und Bedrängnis kommen, wie Paulus das beschreibt, wo wir auf nichts anderes mehr vertrauen können, als nur noch auf dich. Herr, wir danken dir, dass du unser Rettergott bist und dass du es bleibst. So wollen wir dir auch in allen Nöten und auch in der gegenwärtigen Not voll und ganz vertrauen. Herr, du bist würdig, dass wir dir vertrauen. Du hast es bewiesen, Herr, du bist gekommen, hast dich erniedrigt, dich gedemütigt, bist der Knecht aller Knechte geworden, hast uns gedient, uns die Füße gewaschen und hast dein Leben am Kreuz als Verbrecher hingegeben für uns um unserer Sünde willen. Bist ins Grab gelegt worden, bist aber auch auferstanden von den Toten, hast den Tod überwunden, die den größten Macht, den größten Feind. Danke, dass du es getan hast für uns, damit auch wir Leben haben in Ewigkeit. Amen.